Die Prärie ist weit, aber für sieben Tage kommt sie nach Bischofswerda. Deutschlands kleinste Kau-Mai-Spiele zeigen vom 20. bis 28. Juni auf der Waldbühne bei Bischofswerda. Old Shurhand Ich bin auf der Suche nach meinen zwei Söhnen. Und ich bin Old Shurhand. Auch ich bin auf der Suche. Auf der Suche nach meiner Herkunft. Und mein Whisky verzaubert nicht nur Old Shurhand. Ob heute viele Gäste kommen. Geil stieg der Rauch unserer Feuer zum Himmel auf. Es war Frieden. Dann aber, Raphmanitus, hörn unser Volk. Die Bleichgesichter bringen immer weiter vor und trauen uns das Land unserer Väter. Rache! Vom 20. bis 22. und vom 26. bis 28. Juni werden hier täglich zwei Vorstellungen jeweils mit Kinder- bzw. mit Jugendbesetzung gezeigt. Und natürlich sind auch Winnetou und sein Blutsbruder Old Shurhand mit dabei. Die Spielgemeinschaft Golko-Mittich Bischofswerda freut sich auf ihren Besuch vom 20. bis 28. Juni auf unserer Waldbühne vor den Toren der Stadt Bischofswerda. Hau! Ich habe gesprochen! Hau! Hau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017